Wir haben bereits erwähnt, dass die Überlieferungen über das Leben des Propheten aus der Zeit vor dem Prophetentum, sallallahu alaihi wa sallam, ziemlich wenige sind. Und insbesondere die Überlieferungen aus seiner Jugend, aber die Dinge, die überliefert wurden, die wollen wir auch erwähnen, weil man verschiedene Lehren daraus ziehen kann. In diesem Kapitel heute möchte ich eine ziemlich bekannte Geschichte erwähnen, die aber auch zur selben Zeit umstritten ist. Es geht darum, umstritten heißt, dass die Authentizität dieser Geschichte angezweifelt wird. Ist das wirklich passiert oder ist das nicht passiert? Denn wenn wir die Sira betrachten, so gibt es Geschichten, die ganz gewiss gesichert sind. Es gibt Geschichten, die erfunden sind, die für uns keinerlei Relevanz haben. Das heißt nicht, dass die Religion verfälscht wurde, sondern wir wissen, dass diese Geschichten auf unauthentischen Aussagen basieren. Das heißt, die haben für uns keinerlei Relevanz. Und es gibt Geschichten, die angezweifelt werden, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Die Gelehrten haben im Allgemeinen, wenn es um die Sira, um die Geschichte ging, etwas toleranter gehandelt bei der Akzeptanz von Überlieferungen, als zum Beispiel in der Hadith-Wissenschaft, als zum Beispiel die Muhaddithun. Warum? Weil es verschiedene Geschichten gibt, auf die keine Akkerm, keine Regeln, keine gottlichen Handlungen basieren und keine Akkait, keine theologischen Inhalte, wie zum Beispiel Namen von Engeln, Namen von Stufen in der Hölle etc. Weil so etwas kann nur auf völlig gesicherten Erkenntnissen, auf völlig gesicherten Überlieferungen basieren. Es geht um die Geschichte aus der Jugend des Propheten, a.s.w., als der Prophet ca. zwölf Jahre war. Die Geschichte wird unter anderem in Sirah ibn Ishaq, ibn Hisham überliefert. Auch das Buch der heutigen Zeit, was in der Sira oft verwendet wird, Rahik al-Machtum, erwähnt diese Geschichte. Und die Geschichte davon wird auch in Sunan et-Tirmidhi überliefert. Und et-Tirmidhi ist eine von den sechs, von den Kutub-e-Sitta. Und das heißt nicht, dass jede Aussage, die in den Kutub-e-Sitta ist, authentisch ist. Sondern die Gelehrten schauen sich diese Überlieferungen an, schauen sich die Überlieferungsketten an, schauen sich die Mutun an, die Texte an und urteilen damit, ob diese Überlieferung richtig ist. Tschechel el-Ben bewertet diese Geschichte als authentisch, bis auf eine Aussage, beziehungsweise einen Bereich, da werden wir gleich drauf kommen, wo er sagt, dass hier der ein Überlieferer einen Fehler gemacht haben muss. Auf jeden Fall. Als der Prophet a.s.w. zwölf Jahre alt war, ist er mit Abu Talib mit einer Handelskarawane nach Shem gefahren. Und unterwegs, als sie in Shem angekommen sind, kamen sie an einem Kloster vorbei von einem Mönch. Und dieser Mönch, der kam gewöhnlicherweise nie aus seinem Kloster raus. Und an diesem Tag kam er plötzlich aus seinem Kloster raus. Er kam raus und geht durch die Reihen der Muslime und schaut und schaut und schaut und schaut und schaut und man sieht, er will jemanden suchen. Und dann sieht er den jungen Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam und packt ihn an seine Hand und sagt, Das heißt, dieses Seyyid al-Alamin, das heißt sozusagen, er ist der Führer der Welten, natürlich nach Allah subhanahu wa ta'ala, das Beste der Geschöpfe. Dies ist der Gesandte des Herrn der Welten und dies ist derjenige, den Allah entsendet als Barmherzigkeit für die Welten. Abu Talib sagt zu ihm, oder einer von denen, die dabei waren, Woher willst du das wissen? Woher weißt du das? Und dann erwähnt er, dass er Zeichen gesehen hat, unter anderem, dass Wolke über ihn gegangen ist, Die hat ihn, also, das wird auch nachher noch in dem Hadith erwähnt, und dass die Bäume sich, dass sich die Steine vor ihm verneigt haben, Und, also, Steine und Bäume sich vor ihm verneigt haben, Das überliefert er, nicht mit der Wolke, das kommt später. Und das machen sie nur für einen Propheten. Hier könnte jetzt jemand fragen, zu Jud, kann man zu Jud machen für jemand anderen außer Allah? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Unsere Scharia ist, wir machen zu Jud nur für Allah subhanahu wa ta'ala, Aber, zum Beispiel, in anderen Scharia, in anderen Gesetzgebungen, die zu Propheten gesandt wurden, War zum Beispiel eine, zu Jud zum Beispiel, erlaubt, wie zum Beispiel, als Begrüßung. Wie zum Beispiel bei Yusuf, a.s.w., wie seine Brüder sich vor ihm verneigt haben. Das war keine Niederwerfung der Anbetung, sondern eine Niederwerfung, sozusagen, der Begrüßung mit einer Art von Verehrung, Die nicht die Stufe von einem gottskündigen Tat erreicht. Adam zum Beispiel, wir wissen, wir kennen die Geschichte, die Engel sollten sich vor Adam niederwerfen. Aber in unserer, in unserer Scharia ist es verboten. Einmal kam Moab ibn Jebel aus dem Shem zum Propheten, hat sich vor ihm niedergeworfen, Weil er gesehen hat, dass in Shem die Leute sich vor ihren religiösen Persönlichkeiten niederwerfen. Hat gesagt, da hat der Prophet das eher verdient. Daraufhin sagte der Prophet, hat der Prophet gefragt, warum er das gemacht hat. Und hat ihm gesagt, dass er das nicht machen darf. Sondern hätte er jemanden befohlen, sich niederzuwerfen, hätte er der Frau befohlen, sich vor ihrem Mann niederzuwerfen. Das heißt nicht, dass die Frau nichts wert ist. Sondern, das ist eine besondere Stellung. Und wir wissen, dass alles, was Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt, Sei es durch den Koran oder durch den Propheten, Alayhi sallallahu alaihi wa sallam, gut für uns ist. Und dann erwähnt er, dass er das Zeichen der Nubuah, ungefähr so groß, Also das Siegel der Propheten unter seinem Schulterblatt hat. Und dass er das aus seinen Büchern weiß. Und es gibt unheimlich viele Überlieferungen von Leuten von Ahel-Giteb, Sowohl Juden als auch Christen, Die wussten, die Zeichen kannten, Ja, dass in der letzten Zeit ein Prophet entsandt wird. Davon gibt es so viele Geschichten, das ist eine davon. Und da sich so viele Geschichten wiederholt haben, Ist das für uns eine Sache, die eine absolute Tatsache ist. Ja, das muss man wissen. Es gab also zur damaligen Zeit Viele, viele, viele von Juden und Christen, Die genau wussten, dass der letzte Prophet in dieser Zeit kommen wird, Sallallahu alaihi wa sallam. Auf jeden Fall hat er sie dann eingeladen, Er hat sie in Essen gebracht. Und dann wurde gesehen, Dass die Wolken, Eine Wolke kam über den Propheten, Alayhi sallallahu alaihi wa sallam, Gegeben hat, Dass ein Baum sich so verbogen hat, Dass er ihm Schatten gegeben hat. Dann, sagt er am Ende, Geht nicht zu den Römern. Sie sollen nicht zu den Römern gehen. Er warnt also Abu Talib, Mit dem Propheten, Alayhi sallallahu alaihi wa sallam zu gehen. Denn wenn sie das rauskriegen, Und sie sehen die Zeichen, Dann werden sie ihn töten. Jetzt könnte jemand fragen, Wie kann es sein, dass jemand weiß, Das ist ein Prophet, Und trotzdem bekämpft er ihn. Und das ist für manche Muslime schwer begreiflich. Aber wenn man den Koran liest, Dann wird man sehen, Dass es immer Leute gab, Die genau wussten, Dass jemand auf dem richtigen Weg ist, Und ihn trotzdem bekämpft haben. Deswegen sagt Allah in Suthun-Neml, Die 27. Sure, Sie verleugneten ihn, Obwohl sie innerlich überzeugt werden. Sie haben das verleugnet, Obwohl sie innerlich überzeugt gewesen sind. Das ist eine sehr, sehr wichtige Art, Ein sehr, sehr wichtiger Bereich des Kuffers. Also es gibt einmal den Tekvib, Das heißt, Jemand glaubt wirklich innerlich, Nicht an die Botschaft, Und sagt das auch. Und dann gibt es, Jemanden, Der weiß innerlich, Dass die Botschaft richtig ist, Aber Iman ist nicht nur etwas, Zu wissen, Denn das ist der Iman, Bei den Jahmiyyah, Bei den Rulatul Murgi'ah, Das Wissen einfach zu haben, Sondern der Iman ist Kaul und Wa'amil. Und Kaul, Das für Wahrhalten im Herzen, Und auch Amil, Die Taten des Herzens, Und natürlich nicht nur die Taten des Herzens, Auch die Taten der Jawahri, Und wenn die Taten des Herzens, Ja, Aber dich dazu bringen, Ja, Diese Botschaft zu verleugnen, Hast du keinen Iman. Wenn deine Zunge das nicht ausspricht, Obwohl du die Möglichkeit dazu hast, Wir reden nicht über jemanden, Der stumm ist, Dann hat man keinen Iman. Das ist sehr wichtig, Weil heutzutage kommen heutige, Einige Leute, Ja, Aber der glaubt auch, Dass Le'i'la'i'la'la ist. Zu wissen, Ist nicht zu glauben. Man kann etwas wissen, Das heißt aber nicht, Dass man Iman hat, Im islamischen Sinne. Das ist sehr wichtig, Hieraus auch, Aus dieser Geschichte zu sehen. Ja, Dass wir diese Lehre, Aus dieser Sira-Geschichte, Die wussten also, Die Römer, Zumindest bestimmte Römer, Dass der letzte Prophet gesandt wird, Aber sie haben ihn trotzdem verleugnet. Das beste Beispiel ist Herakles. Als der Prophet, Einen Boden dorthin geschickt hat, Mit einem Brief, Später in der Sira, Hat Herakles gesagt, Wenn das so ist, Das ist der letzte Prophet, Dann wird er, Den Boden unter meinen Füßen, Beherrschen. Trotzdem hat er den Islam nicht angenommen. Warum? Weil es ihm, Um seine persönliche Interesse ging. Als er darüber redet, Kommt plötzlich, Sieben römische Soldaten, Und suchen nach ihm, Weil sie irgendwelche Zeichen gesehen haben, Und wollen ihn töten. Buhaira, So heißt der Mönch, Ich habe auch in einer Überlieferung, In einem Buch gesehen, In Ra'igul Maktun Buhaira, Aber eigentlich das, Was ich meistens immer gelesen habe, Und im Vortrag ist, Buhaira, So hieß dieser Mönch, Hat dann mit ihm geredet, Und hat sie überredet, Und hat gesagt, Wie wollt ihr ihn bekämpfen, Wenn Allah ihn gesandt hat? Und daraufhin haben die römischen Soldaten Ihre Aufgabe aufgegeben, Und haben sogar angefangen, Buhaira zu folgen, Und sind sozusagen mit ihm In dieses Kloster hineingegangen. Dann hat der Abu Talib berichtet, Er soll den Propheten, Aleyhisselatü, Nehmen und soll ihn nach Hause führen. Er soll ihn nach Mekka bringen. Und es wird dann berichtet, Dass er ihn mit Bilal und Abu Bakr Nach Mekka gebracht hat. Zusammen. Und hier kommt das Problem, Warum dieser Hadith umstritten ist. Das haben wir vorher gesagt. Weil, Imam Vehebi zum Beispiel sagt, Diese Aussage ist unauthentisch. Erstens, Warum geben ihm Wolke und Bäume Schatten? Weil, Wenn die Wolke schon Schatten gibt, Warum auch der Baum? Aber wenn wir uns den Hadith genau angucken, Dann kann man hieraus verstehen, Dass zu einer bestimmten Situation, Weil die waren ja nicht nur zwei Sekunden dort, Sondern in einer bestimmten Situation die Wolke Schatten gegeben hat, In einer anderen Situation der Baum. Das heißt, Dieses Argument von Imam Vehebi und anderen Gelehrten ist nicht besonders stark. Das andere ist, Dass sie sagen, Warum hat der Prophet, Aleyhis Salatü Salam, Ihn, Abu Talib, Als er ihn versucht hat zu überreden, Den Islam anzunehmen, Nicht von dieser Geschichte, Nicht an diese Geschichte erinnert. Aber, Dieses Argument ist auch nicht besonders stark, Weil der Koran selber, Ist ein stärkeres Argument, Für das Prophetentum, Als diese Geschichte mit dem Mönchen. Zweite Sache ist, Es muss nicht unbedingt sein, Dass der Prophet, Aleyhis Salatü Salam, Ihn nicht daran erinnert hat, Aber es kann sein, Dass das nicht zu uns überliefert wurde, Als er ihn erinnert hat. Das heißt, Das ist nicht unbedingt ein starkes Argument. Die dritte Sache ist, Mit Abu Bakr und Bilal. Abu Bakr war noch jünger, Als der Prophet, Aleyhis Salatü Salam, Der Prophet war zwölf, Und Bilal war noch gar nicht, Auf der Bildfläche gewesen. Deswegen sagt, Sheikh al-Albani, Rahimallah, Diese Geschichte ist authentisch, Außer dieser Stelle, Hier hat ein Überlieferer, Ein Fehler beim Namen gemacht. Das heißt, Dieser Hadith an sich, Ist authentisch, Aber es gibt, Einen Fehler, In der Namensgebung. Und die Hadithe, Sind im Gegensatz zum Koran, Von Gott nicht, Mit, Buchstabe für Buchstabe, Ton für Ton, Geschützt, Sondern von der Bedeutung her, Geschützt. Und diese Sache, Ändert nichts an der Bedeutung. Und außerdem, Sehen wir hieran, Dass die Gelehrten, Im Nachhinein herausgefunden haben, Dass dies ein Fehler, Des Überlieferers ist. Von daher kommt dieser Fehler, Nicht zu uns. Aber auf jeden Fall. Die andere Sache ist, Warum war der Prophet, Aleyhis Salatu Salam, So überrascht gewesen, So überrascht gewesen, Als die Botschaft zu ihm gekommen ist, Wenn er doch schon Jahre vorher, 28 Jahre vorher gehört hat, Ja, Dass ein Mann, Ein Mönch in Syrien gesagt hat, Ja, Dies ist der Herr, Dies ist der Führer, Der Menschen und der Jinn, Der Alamin, Damit ist auch Menschen und Jinn genannt, Das ist der Beste von ihnen, Dies ist der Gesandte, Des Herrn der Welten, Dies ist derjenige, Den Allah als Barmherzigkeit, Für die Welten entsandt. Warum war der Prophet, Aleyhis Salatu Salam, Dann so überrascht? Und hierauf könnte man antworten, Dem Imam Zahabi, Weil Imam Zahabi, Glaubt nicht an die, Widerlegt diesen Hadith, Und wenn jemand Imam Zahabi folgt, Ja, Dann ist das hier kein Problem, Wenn jemand sagt, Ich sehe den Hadith nicht als authentisch an, Weil wie ich eben schon gesagt habe, Weil das ist etwas, Was einige Korani, Weil sie keine Ahnung haben, Von Hadithwissenschaft, Ja, Was sie nicht kapieren, Es gibt Hadithe, Die ohne Zweifel makbul sind, Makbul ist akzeptabel, Das heißt, Entweder weil sie Sahih sind, Oder Hassan sind, Und es gibt Hadithe, Die ohne Zweifel, Mardut sind, Das heißt, Die abgelehnt werden, Weil sie zum Beispiel daif sind, Oder weil sie Mardut sind, Oder weil sie Munker sind, Das heißt, Weil sie erlogen sind, Oder weil der Fehler, Ja, Und dann gibt es Hadithe, Die zweifelhaft sind, Das heißt, Wo es unterschiedliche Meinungen gibt, Und natürlich bei so einem Hadith, Ja, Wie gesagt, Wo große Gelehrte Unterschiedliche Meinungen haben, Da wird man nicht jemanden Zum Irregehenden, Als Irregehend bezeichnen, Ja, Weil er ein Hadith, Der Ahad ist, Das heißt, Der nicht die Stufe Von Mutawati erreicht hat, Und Ahad heißt übrigens nicht, Dass der Hadith Nur von einer Person Überliefert wurde, Ahad hat verschiedene Stufen, Weil das ist auch etwas, Was einige Leute erzählen, Die keine Ahnung haben, Ahad, Da gibt es einmal Rarib, Das ist, Wenn eine Person, Ein Sahabi, Das überliefert, Ja, Dann gibt es Aziz, Und dann gibt es zum Beispiel Auch noch Mashhur, Aziz ist, Wo zwei Sahabi überliefert, Mashhur ist drei und mehr, Was nicht die Stufe Von Mutawati erreicht, Ja, Wie gesagt, Ich habe schon, Wir haben schon ganz am Anfang erwähnt, Das Schöne bei der Sira ist, Dass man so viele Sachen Mit hineinbauen kann, Das ist nicht nur, Dass man eine Geschichte erzählt, Sondern ich will Lehren daraus ziehen, Und an dieser Stelle ist es wichtig, Über bestimmte Lehren zu reden, Die wir hieraus ziehen, Aus dieser Geschichte, Und deswegen möchte ich etwas ganz kurz Auf Hadithwissenschaft eingehen, Weil die Koran-Iyun, Die Kufar sind, Weil wer sagt, Ich muss mich nicht anders halten, Was der Prophet gesagt hat, Ich muss mich nicht daran halten, Was der Prophet getan hat, Der leugnet, Dutzende Verse des Korans, Wie zum Beispiel, Gehorcht Allah und Gehorcht dem Gesandten, Oder, Oder, Was euch der Prophet gibt, Das nimmt, Und was er euch untersagt, Das lasst, Oder, Das ist ein ganz klarer Sonder, Da gibt es noch Dutzende andere Sonder, Da haben wir schon Vorträge drüber gemacht, Jedenfalls, Die behaupten zum Beispiel, Die Muhaddithun, Gehen nur nach dem Isnat, Der Beweis ist, Dass das Schwachsinn ist, Die gehen nicht nur nach dem Isnat, Weil der Isnat ist die Überlieferungskette, Sondern die gehen auch nach dem Mitten, Imam al-Wahhabi, Der Mitten ist der Text, Kritisiert diesen Hadith anhand des Textes, Und das ist etwas, Was sie von den Orientalisten haben, Die professionelle Feinde des Islams sind, Der Orientalismus ist erfunden worden, Und das sagt Edward Seid zum Beispiel, In seinem Buch, Über den Orientalismus, Um den Islam zu zerstören, Edward Seid ist ein palästinensischer Christ, Und der Witz an der Sache ist, Wenn du die Bücher der Koraniten liest, Dann beziehen sie sich auf Ignaz, Goldzieher, Und auf Schacht, Das waren Juden gewesen, Orientalisten, Jüdische Orientalisten, Vor allen Dingen Goldzieher, Der sich darauf spezialisiert hat, Die Hadithe zu kritisieren, Ihr nehmt also euer Wissen von Leuten, Die von vornherein darauf bedacht waren, Den Islam zu zerstören, Und da sie wussten, Dass wenn sie den Koran angreifen, Kein Muslim ihnen Gehör schenken wird, Und da die Hadithwissenschaft viel komplizierter ist, Haben sie sich auf die Hadithe, Und auf die Sirah konzentriert, Und versucht diese zu widerlegen, Um die Muslime durcheinander zu bringen, Und zu spalten, Und jetzt kommen die Koraniten, Die Kinder vom Goldzieher und Schacht, Die Kinder vom jüdischen Orientalisten, Goldzieher, Und fangen an, Dieselben Argumente zu benutzen, Das siehst du sogar in ihren Schriften, Zitieren sie Goldzieher, Ignaz Goldzieher, Auf jeden Fall, Sie sagen, Die gehen nur nach Isnat, Der Beweis ist hier, Die ganze Kritik von Thehebi, Bezieht sich nicht auf den Isnat, Auf die Überlieferungskette, Weil in der Überlieferungskette schaut man, Sind die Personen in der Überlieferungskette glaubwürdig, Und sind die nicht nur glaubwürdig, Sondern sind die auch Leute, Die ein Erinnerungsvermögen haben, Beziehungsweise die die Sachen so wiedergeben können, Wie sie sie gehört haben, Aber den Text schaut man sich an, Ob der Text, Bestimmten Dingen widerspricht, Ob das so gewesen sein kann, Wie zum Beispiel Bilal, Bilal kann hier gar nicht mit dabei gewesen sein, Ich finde es wichtig, Dass wir bei dem Sira-Unterricht Diese Dinge auch erwähnen, Dann sagen sie, Hadithi widersprechen dem Koran, Erstmal, Dass einer, Wie Bukhari und Muslim, Einen Hadith als authentisch ansieht, Beweist, Dass Bukhari und Muslim, Diesen Hadith, Als nicht, Im Widerspruch zum Koran stehend, Gesehen haben, Denn würde der Hadith dem Koran widersprechen, Hätte Bukhari und Muslim und andere Gelehrte, Hätten sie den Hadith nicht als authentisch angesehen, Also es ist schon mal, Das zeigt, So die Frage ist jetzt, Wer hat mehr Verständnis von Koran und Sunnah, Du, Oder Bukhari, Muslim, Etc, Und übrigens, Diese Hadithe, Die waren auch schon im Umlauf, Zur Zeit von Imam Malik, Zur Zeit von Imam Shafi, Das heißt, Du musst dir selber die Frage stellen, Und in vielen Stellen hat sogar Imam Shafi, Oder Imam Malik, Direkt oder indirekt, Diese Hadithe überliefert, Von daher, Entweder du hast mehr Wissen und mehr Verständnis, Was dem Koran widerspricht, Und was ihm nicht widerspricht, Oder, Ja, Also du, Kind von Ignaz Golds hier, Dem jüdischen Orientalisten, Du hast mehr Verständnis, Was dem Koran widerspricht, Oder, Bukhari, Muslim, Und die ganzen anderen großen, Muhadithun, Und praktisch ein Ijma von Al-Sunnah, Der ganzen großen Gelehrten, Ibn Hajj al-Askalani, Nawawi und so weiter, Und ich glaube, Wenn wir danach gehen, Wird man sehen, Dass die Kinder von Ignaz Golds hier, Dem jüdischen Orientalisten, Weniger Verständnis haben, Dann wird gesagt, Hadithe beinhalten Fehler, Wir sagen, Hadithe, Die Fehler beinhalten, Werden nicht als authentische Hadithe akzeptiert, Und wer hat am meisten Verständnis dafür, Ob ein Hadith Fehler beinhaltet oder nicht, Der hätte sich am besten damit auskennt, Und hätte Bukhari oder Muslim gesehen, Oder erkannt, Dass in einem Hadith ein Fehler besteht, Dann hätten sie den nicht akzeptiert, Übrigens mal, By the way, Zu sagen, Die Sunnah, Sei keine Quelle von Tashriah, Von der Gesetzgebung, Vom Islam, Bedeutet, Dass der Islam verfälscht wurde, Wieso Abu Hamza? Ja, ganz klar, Weil das bedeuten würde, Dass 1400 Jahre, Alle Muslime auf dem falschen Weg waren, Jetzt wird jemand sagen, Ja, was ist mit den Schiiten, Die akzeptieren die Sunnah nicht falsch, Die Schiiten akzeptieren, Bestimmte Hadithe von uns nicht, Aber die Schiiten sagen nicht, Dass das, Was der Prophet, Alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat, Getan hat, Keine Relevanz für ihre Religion habe, Okay, Nur mal so nebenbei, So, dann, Dann wird gesagt, Ja, es gibt schwache Hadithe, Also, Kann man sich darauf nicht verlassen, Auch Schwachsinn, Weil, Die schwachen Hadithe, Wer bestimmt, Ob die Hadithe schwach sind? Die Gelehrten des Islams, Und die haben dafür Gesetzmäßigkeiten, Und wir haben eben schon gesagt, Es gibt welche, Die ohne Zweifel authentisch sind, Hadithe, Die ohne Zweifel falsch sind, Und Hadithe, Die umstritten sind, So, Das heißt, Und der Gelehrte, Der das herausfindet, Und die haben da Bücher darüber geschrieben, Sheikh al-Albani hat so viele Bänder auch darüber geschrieben, Als Beispiel, Sheikh al-Albani ist nicht der Einzige, Wo er genau sagt, Warum dieser Hadith, Oder jener Hadith, Akzeptiert wird, Oder nicht, Okay, Nur mal so nebenbei, So, Und wir wissen, Welche Hadithe authentisch sind, Und welche nicht authentisch sind, Punkt.